Herzlich willkommen bei Radio München. Die Aussage, du steckst da in deiner Blase fest, war unglaublich verunsichernd, als man sich zu orientieren suchte in den widersprüchlichen Corona-Aussagen von Robert-Koch-Institut, Regierung, Wissenschaftlern und Medizinern hier und dort. Gibt es da einen Tellerrand, den ich gar nicht bemerkt habe? Gab es doch noch Untersuchungen, die man nicht wahrgenommen hatte? Oder ist das Gemüt zu schlicht, um sie zu begreifen? Nach und nach stellte sich Sicherheit ein, die Logik, die Expertisen, selbst das körperliche Gefühl nach durchgemachter Corona-Erkrankung festigten die Auffassung. Die fortwährenden Lügen und Verstrickungen auf der anderen Seite räumten Zweifel aus. Wie gelangt man zu seiner Realität? Unsere Autorin Sylvie-Sophie Schindler hat sich darüber Gedanken gemacht und den Text Pseudorealität verfasst. Sprecherin Sabrina Halil Der Himmel ist immer noch oben und immer noch blau, manchmal strahlend, manchmal bedeckt. Und der Boden ist unten, manchmal erdig, manchmal asphaltiert. Soweit dürfte wohl Einigkeit bestehen. Und auch ansonsten gewiss noch über das eine oder das andere. Aber irgendwann wird es kompliziert. Dann nämlich, wenn die Auffassungen von Wirklichkeit sich deutlich voneinander zu unterscheiden beginnen. Wenn etwa die einen vom menschengemachten Klimawandel überzeugt sind und die anderen daraus abgeleitete apokalyptische Szenarien als reine Panikmache einordnen. Oder wenn die einen sich von einem Killer-Virus bedroht fühlen und die anderen stattdessen die Errichtung eines Orwellschen Staates befürchten. Oder wenn die einen überzeugt davon sind, die AfD würde ein nächstes Hitler-Regime aufbauen, während die anderen die Gefahr ganz woanders vermuten und über die sich immer stärker ausbreitende Gewalt alarmiert sind, die kriminell motivierte Migranten hierzulande ausüben. Für welche dieser Wirklichkeiten soll man sich denn nun entscheiden? Welche ist wahr? Wieso existieren überhaupt mehrere Wirklichkeiten? Kann das tatsächlich sein? Wie umgehen mit einer Wirklichkeit, die vielleicht gar keine ist, sondern nur dafür gehalten wird? Und was macht es schwer, sich auf eine einzige zu einigen? Können wir das überhaupt? Für Arthur Schopenhauer ist die Sache klar. In seinem erstmals 1819 erschienenen und 1844 und 1849 erweiterten Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung« schrieb er, Zitat, »Die Welt ist meine Vorstellung. Dies ist die Wahrheit, welche in Beziehung auf jedes lebende und erkennende Wesen gilt.« Wie wir die Welt sehen, hat dem deutschen Philosophen zufolge also nur mit uns zu tun. Bedeutet das, dass jedes Suchen nach einer Wirklichkeit, die für alle gilt, vergebens ist? Möglich. Und doch können wir als soziale Wesen nur insofern miteinander zurechtkommen, wenn wir uns innerhalb einer Realität bewegen, die gewiss nicht vollkommen identisch sein muss, aber doch wesentliche gemeinsame Schnittmengen hat. Tatsächlich aber zeigt die aktuelle Entwicklung, dass das immer weniger der Fall ist, sondern dass sich die Realitäten weiter und weiter voneinander entfernen. Was dazu führt, dass ein Teil der Bevölkerung von einem anderen Teil getrennt existiert. Vorangetrieben von einem politmedialen Komplex, unter anderem in Kooperation mit selbsternannten regierungsfinanzierten Faktencheckern. Dabei fällt auf, dass die Akteure allesamt nicht an einer tatsächlichen Wahrheit interessiert sind, sondern lediglich die Deutungshoheit über die Wahrheit haben wollen, unabhängig davon, ob sie stimmt oder nicht. Dabei scheuen sie sich nicht, selbst nachzuhelfen und eigene Drehbücher beizusteuern. Die daraus entwickelten Fantasiekonstruktionen werden dann als Wahrheit verkauft, die nur laut und oft genug wiederholt werden muss, damit möglichst viele daran glauben und nicht auffällt, dass lediglich Potemkinsche Dörfer aufgebaut werden. Ja, richtig, man nennt das auch Propaganda. Die Krux ist, und das nicht mal selten, selbst wenn die Beweise erdrückend sind, dass es sich um eine Lüge handelt, werden diese konsequent ignoriert. Man denke nur an das Betrugs- und Täuschungsgeflecht rund um die sogenannte Pandemie. Bis heute verweigern immer noch die meisten, es anzuerkennen. Stattdessen rennen sie lieber den nächsten Lügen hinterher. Wahrscheinlich ist der einmal Betrogene ohnehin anfälliger dafür, weil sein diesbezügliches Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert. Das wiederum macht denen zu schaffen, die die Lüge durchschaut haben. Sie fragen sich, wie soll man das den anderen vermitteln, während die überhaupt keine Aufklärung wünschen, sondern sich weiterhin in den Kokon ihrer Illusionen zurückziehen wollen. Das jedoch ist keine reine Privatsache, zumindest nicht immer, sondern kann gesellschaftspolitische Auswirkungen haben. Unter anderem lässt sich das auch am Beispiel der sogenannten Wannsee-Konferenz 2.0 darlegen. Gemeint ist damit ein Treffen in Potsdam im November 2023, bei dem sich AfD- und CDU-Politiker mit Anhängern der Identitären Bewegung zusammensetzten. Das Medienportal Korrektiv recherchierte dort Undercover und inszenierte seinen darauf basierenden, im Januar 2024 veröffentlichten Bericht als wahre Grusel-Story. Demnach soll bei diesem Treffen ein großer Massenvertreibungsplan von Millionen Menschen mit, Zitat, falscher Hautfarbe oder Herkunft beschlossen worden sein. Das schlug massive Wellen im Land und veranlasste die Regierung, die Bevölkerung zu Demonstrationen aufzurufen. Tatsächlich zogen in zahlreichen Städten schon bald Tausende aufgepeitscht durch die Straßen um, gegen Rechts im Allgemeinen zu demonstrieren und gegen Massendeportationen im Speziellen. Berechtigte Zweifel am Korrektivbericht wurden gar nicht erst zugelassen, gleichwohl sich die darin aufgestellten Behauptungen nach und nach als reine Luftnummern erwiesen. Dass das Medienportal regelmäßig Steuergelder kassiert, wäre ohnehin ausreichend für erste Verdachtsmomente. Korrektiv selbst hatte bereits im Februar eingeräumt, keine Tatsachen dargestellt zu haben, sondern zuvorderst, Zitat, unsere Auffassung und wertende Schlussfolgerungen. Regierung und etablierte Medien hätten sich spätestens da anschließen und das richtigstellen müssen. Aber sie taten es nicht. Obwohl es bis heute keine belastbaren und konsistenten Nachweise über einen angeblichen Plan zur Massendeportation gibt, wird diese Lüge einfach weiterverbreitet und genutzt, um massiv gegen die AfD ins Feld zu ziehen. Wohlgemerkt übrigens nicht gegen die CDU. Dass sich Korrektiv in Desinformationen verstrickt hat, stört auch die Medienstiftung der Leipziger Sparkasse nicht, die an das Medienportal einen mit 10.000 Euro dotierten Preis verlieh, wegen seiner, Zitat, herausragenden Kontrollfunktion in einem Geflecht aus, Desinformationen, Halbwahrheiten und Falschbehauptungen. Wie krude wird es noch? Ein Medienportal verbreitet also ungehemmt Fake News und wird schließlich für seinen Einsatz gegen Fake News ausgezeichnet. Die Lüge ist zur Wahrheit geworden, ganz wie von George Orwell vorausgesagt, und kriegt auch noch Preise und Auszeichnungen. Vor allem, sie spielt Mächtigen in die Hände, um ihre politische Agenda ungehindert voranzutreiben. Das freilich ist kein neues Phänomen. Im Laufe der Menschheitsgeschichte konnten zig Grausamkeiten, Verbrechen und Kriege, die Millionen Verletzte und Tote zur Folge hatten, nur auf Basis einer falschen Realität durchgesetzt werden. Der Philosoph Josef Pieper spricht in seinem im Jahr 1970 veröffentlichten Aufsatz »Missbrauch der Sprache, Missbrauch der Macht« von »Pseudorealität«. Man kennt die Neigung zu Pseudorealität beispielsweise aus Sekten. Eine Wirklichkeit muss nicht wahr sein, damit die einzelnen Mitglieder an sie glauben, sie muss sich nur plausibel genug anhören. Um das zu erreichen, werden sogar ein paar Körnchen Wahrheit eingestreut, allerdings nur so viele wie unbedingt nötig, um das Lügenkonstrukt nicht allzu fantastisch und eben genug glaubwürdig wirken zu lassen. Dass sich daraus Widersprüche ergeben, ist charakteristisch für Pseudorealitäten, aber ebenso typisch ist auch, dass diese nicht als solche identifiziert werden. Finden sich genug Menschen, die daran glauben oder sich dem nicht entschieden entgegenstellen, ist die erdachte Realität als tatsächliche Realität akzeptiert. Sie fällt besonders bei denen auf fruchtbaren Boden, denen es ohnehin schwerfällt, mit der Wirklichkeit zurechtzukommen. Das bedeutet, eine kollektive Pseudorealität hat vor allem dann Hochsaison, wenn genug Menschen das Verlangen danach haben, der Realität zu entfliehen. Ein Eskapismus, der auch bei denjenigen zu beobachten ist, die in die Fake-Welten von Computerspielen oder Instagram abdriften. Der amerikanische Gesellschaftskritiker James Lindsay untersucht seit Jahren, unter anderem in seinem Buch »Zynische Theorien«, die Theorien der Wokeness-Bewegung. Auch in seinen Überlegungen taucht das Konzept der Pseudorealität auf, etwa in seinem 2020 veröffentlichten Aufsatz »Psychopathie und der Ursprung des Totalitarismus«. Ihm zufolge haben die meisten Menschen, die Pseudorealitäten für ein Kollektiv konstruieren und vorantreiben, psychische Störungsbilder. Diese verunmöglichen es ihnen, in einer Realität zu leben, die jenseits ihrer eigenen liegt. Blieben sie damit alleine, wären sie vielleicht bald schon ein Fall für die Psychiatrie. Daher müssen sie, wenn sie nicht unangenehm auffallen und zudem die Konfrontationen mit ihrer eigenen Pathologie vermeiden wollen, alle anderen dazu bringen, in ihren Realitätsfernen mitunter wahnhaften Kosmos einzusteigen. Darauf können sie dann ihre Pseudoreale Herrschaft auf- und ausbauen. Sie landen also nicht beim Therapeuten, sondern erleben vielmehr einen sozialen Aufstieg. Es geht also zuallererst und mal wieder um Macht. Dabei sei angemerkt, dass niemand, der geistig gesund ist, anderen eine Pseudorealität aufdrängen würde und die Tatsache, dass er es tut, umso deutlicher ein Ausweis seiner pathologischen Veranlagung ist. Dass er andere da hineinzieht, bedeutet auch, dass er seine Pathologien umso mehr ausleben kann, sie also erst recht ausbrechen und ihr Unwesen treiben. Für den Anfang braucht es oft nicht mehr als eine einzelne wahnhafte Person mit einem kleinen Kreis, der einen Kult verbreitet. Hilfreich sind natürlich einflussreiche Hintermänner. Wer dann in die angebotene Pseudorealität einsteigt, ist mitunter, aber meistens nicht zwingend, ein ebenso pathologischer Charakter. James Lindsay kommt in seinen Betrachtungen vielmehr zu dem Schluss, dass es sich in der Regel um geistig gesunde, aber naive, gutgläubige Charaktere handle oder um gekränkte Personen, die sich endlich wahrgenommen fühlten. Besonders anfällig seien Menschen aus akademischen Kreisen, die in der Pseudorealität eine Chance sehen, ihre Positionen zu stabilisieren. Oft werden sie mit einem Meist handelt es sich also um ursprünglich psychisch gesunde Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen hinreichend anfällig für entsprechende Manipulationen sind, mitunter zu bequem, um das, was ihnen vorgegeben wird, zu hinterfragen. Sie erkennen zudem schnell, dass es ihnen zugute kommt, wenn sie mitmachen, während diejenigen, die an der tatsächlichen Realität weiter festhalten, benachteiligt werden, ihnen mitunter Zwänge und Strafen drohen. Ohnehin können Pseudorealitäten auf Dauer nur mit Gewalt aufrechterhalten werden. Auch Doppelstandards, verdrehte Moral und verquere Logik sind stützende Elemente. Besonders konstituierend, das Böse wird als Gut und das Gute als Böse wahrgenommen. Wer nicht in die Pseudorealität einsteigt, ist automatisch ein Gegner. Der sogenannte gesunde Menschenverstand hat keine Chance mehr. Wer ihn einsetzt, wer anders argumentiert, wer Widersprüche anspricht, wird verunglimpft, diffamiert, attackiert. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, er würde die Realität leugnen. Wobei Pseudorealisten freilich die von ihnen konstruierte Realität meinen. Um sie durchzusetzen, lassen sie sich oft auch zu totalitären Strategien hinreißen. Mit ihrem Einstieg in die Pseudorealität werden geistig gesunde und moralische Menschen also nicht selten zu gebrochenen Mitläufern, die nicht zögern, im erforderlichen Moment unmoralisch zu handeln. Ihnen scheint, als hätten sie keine Wahl, müssen sie ihre Welt doch um jeden Preis verteidigen. In die tatsächliche Realität können sie gemäß Lindsay nicht mehr zurück, denn sie finden sich in ihr nicht mehr zurecht. Daher sind sie gezwungen, die Pseudorealität anzuerkennen. Sie bleibt die einzige Zuflucht. Doch nicht nur die Moral der Pseudorealisten wird beschädigt. Lindsay verweist darauf, dass die bloße Behauptung einer Pseudorealität im Grunde alle demoralisiert, die dazu gedrängt werden, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und zwar alleine durch die Tatsache, dass es sich um etwas Falsches handelt, das um jeden Preis als etwas Wahres anerkannt werden muss. So betont er ausdrücklich, Zitat, man sollte nie unterschätzen, wie psychologisch belastend und schädlich es ist, wenn man gezwungen wird, etwas Falsches als wahr zu betrachten, wobei die Wirkung umso stärker ist, je offenkundiger die Falschheit ist. Pseudorealität zu widerlegen ist ein hartes Stück Arbeit. Lindsay führt die Mechanismen, die in Gang gebracht werden, sobald Gegenwind entsteht, wie folgt aus, Zitat, der effektive Widerstand gegen eine psychopathische Ideologie wird eine psychopathische Reaktion zur Folge haben. Das Herausfordernde daran ist, dass sie, in dem Moment, in dem sie es wagen, sich ihren Spielen zu widersetzen und ihrer Falle zu entfliehen, zur Zielscheibe ihres psychopathischen Zorns werden, sodass viele Sympathisanten, die sie normalerweise zu ihren Freunden zählen würden, gegen sie Partei ergreifen werden. Zitat Ende. Es brauche Mut, die ungeheuerlichen Beleidigungen und Verleumdungen zu ertragen und ihre ungerechten sozialen Folgen in Kauf zu nehmen. Doch genau dieser Mut sei eine notwendige Voraussetzung, um dem Totalitarismus Einhalt zu gebieten. Dabei tut Not, möglichst schnell zu intervenieren, denn je länger man wartet, desto schlimmer wird es. Lindsay schlägt vor, Pseudorealität möglichst vielen Menschen als falsche Realität vor Augen zu führen und zugleich von der Realität zu berichten, in der man sich selbst aufhält, etwa über die Werte, die hier gelten. Nicht belehrend, sondern eher subversiv und durchaus auch witzig. Nicht allen mag es liegen, sich als Aufklärer zu betätigen, aber vielleicht, so mutmaßt Lindsay, falle es einem leichter, wenn man sich Folgendes vor Augen halte. Zitat. Sobald die Pseudorealität auch nur ein paar Prozent der Bevölkerung in ihren Bann gezogen hat, stellt sich nicht mehr die Frage, ob es schlimmer wird, sondern wie schlimm es werden wird, bevor die Blase platzt. Zitat Ende. Das Unheil stehe im proportionalen Verhältnis zur Größe der Lüge, die uns von der Realität trenne. Allein. Die Realität wird sich immer durchsetzen. Oder anders gesagt, mit Referenz auf den Film Matrix, die rote Pille wartet letztlich auf jeden von uns. Sie zu schlucken, entscheidet allerdings jeder alleine. Sie hörten Pseudorealität von unserer Autorin Sylvie-Sophie Schindler, Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich musste in den letzten vier Jahren verdammt oft an Pippi Langstrumpf denken. Ich mach mir die Welt wieder, wieder, wie sie mir gefällt. Auch das ist eine Überlebensstrategie. Haben Sie einen schönen Tag. Ciao. Servus.